hey leute und herzlich willkommen zu einem neuen video heute haben wir für euch die gymnastik challenge und zwar wir haben uns bilder rausgesucht die mit gemäßigen ja die man mit zwei beutachten und ich bin jetzt mal echt gespannt welche drei bilder sie ausgesucht hat und wir werden das jetzt machen und dann wollen wir nicht mehr so viel labern es geht los mal so eine rolle ich mache mir so eine rolle nein das war voll egal ob es langweilig jetzt eingeblendet bekommen welches war das das ja also wir haben jetzt kein ball aber aber warte wir sehen uns wir machen es auf dem bett würde ich sagen doch okay so probieren wir es dann mal raus so richtig so wahnsinn sind aber wir müssen dann gerade wir geben uns mal so die arme das ist aber falsch so läuft ja voll gut das ist doch voll leicht glaube ich aber du so so und jetzt 3 ok der eben also die nächste übung Warte. Ich kann das nicht. Warte. Hä? Nein, so. So? Und ich, hey, muss ich so machen? Nein, mach Brücke. Ja, aber mit dem Kopf zu dir. Mit dem Kopf zu dir. Mit dem Kopf weg zu mir. Dann muss ich ja so machen. Ja. Warte. Ich bin nochmal richtig. Lass mal. Okay, los. Ich bin jetzt so fein. Okay, ich kann das Bein eigentlich hoch machen. Aber hier ist das Problem. Warte noch. Warte, tut uns weh. Egal, machen wir es noch einmal. Nein, diesmal bin ich auf der Seite. Okay, nicht auf der anderen. Was macht das eigentlich für einen Unterschied? Andersrum. Hä? Hä? Ist doch jetzt egal. Äh. Ich krieg das Bein nicht zu dir. Ich auch nicht. Aber ich krieg's wenigstens hochgehoben. Ich auch. Guck. Weg da. Ja. Okay, das haben wir schon mal vermasselt. Okay. Jetzt kommt die Ebene. Wir haben den Ort gewechselt. Wir haben den Ort gewechselt. Ja? 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 Okay. Oh Gott. Puh. Scheiße. Okay. Wie halt so eine Schleife. Los, komm. Äh. Äh. Haben wir das? Warte, du musst doch mal so bleiben. Wir haben es geschafft. Trotzdem. 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 Oh Gott. Ich hoffe, die haben es geschafft. Ich wette, die haben es nicht geschafft. Haben wir ja nicht gesehen. So. Okay. Jetzt wird's wahrscheinlich so sehr schwer. Los. Okay. Äh. Ähm. So. So. Hände. Warte. Ja. Los. Steck da hoch. Nein. Balsch. Warte, komm. Ja. Aua. 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 So. Jetzt haben wir also dieses bescheuerte Bild von Senna, wo sie diese Frau in der Luft ausgesucht hat. Ich hab gedacht, sie steht. Aua. Ja, gut. Ähm. Ja. Ich würd dann mal sagen, Augen zu und durch. Scheiße. Äh. Äh. Kacke. Upsing. Ich wär echt bisschen dumm. Okay. Bist du um oder ich und... Oh nein. Ich bin um. Ich hab Angst, dass du meinem Becken weh tust. Warte. Du musst ein bisschen weiter in die Knie gehen. Nein. In die Knie. Ja. Irgendwie so. Warte. 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 Okay. Ne, das kriegen wir schon mal nicht hin. Kein Wunder, Senna. Nie mehr wieder so ein bescheuertes Bild. So. Das nächste. Ist sehr schwer, Senna. Nicht dein Ernst. Ha. Nervig. Weil das ist... Alter. Sie dachte, diese Person steht. Aber sie ist in der Luft und springt. Du kannst ja gut lachen. Okay. Krieg ich ein bisschen ein? Warte. 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 Ja. Gott. Okay. Kriegen wir nicht hin. Kriegen wir nicht hin. Machen wir. Ja, aber... Hä? Egal. Das nächste Bild von Senna. Mal wieder so ein richtig schweres. Wo sie natürlich wieder die leichte Pose kriegt. Warte mal. Ich glaube, ich muss mehr nach da. Weil wenn du dann irgendwie abfällst, dann lass ich sie da drauf. Okay. Warte. Ich muss den hier machen. Und dann irgendwie hoch. Das kann ich nicht mal. Warte. Ich kann das nicht, Senna. Was suchst du dir? Blöde, dumme Sachen aus. Warte. Warte. Auf, ich hab alles. Ja. Okay, das ist der größte Fail ever. Ups, die Kamera hat die ganze Zeit falsch rum. Ups. So Leute. Und das war's mit unserem Video. Und der größte Fail. Und dem chaotischsten Video. Ever, ever, ever. Und das war's mit mir. Und da. Bis zum nächsten Mal.